Es erfüllt mich mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, dass Sie sich für mich entschieden haben. Und jetzt lade ich Sie ein, sich im Massagestuhl zu entspannen, denn nun präsentiert der Gewinner Ihnen die Danksagung. Vielen Dank, vielen Dank, der Preis kommt in meinen Schrank. Hab ich euch zum Sabern gebracht, dann tut's mir leid, wie ungalant. Mein Dank geht auch an die Konkurrenz, Spezialitäten habt ihr Kredenz, und die Jury musste leiden, das war bestimmt nicht leicht zu entscheiden. Und jeder Kommentar brachte uns dem Ziel so nah, darum dank ich auch jedem, der einen schrieb. Und war die Liste auch lang schon nicht euren Gehörgang? Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön! Glocke